Amnesia So, schönen guten Tag miteinander bei einem neuen Game heute Amnesia the Bunker Das ist ganz neu im Xbox Game Pass drin und ich habe mir das natürlich jetzt runtergeladen ich bin wie soll ich sagen, ich habe den ersten Teil von Amnesia nie gespielt ich weiss nicht was mich erwartet ich weiss nur dass ich eigentlich nicht so der Horror Game Freak bin warum auch immer, ich stehe nicht so oft das verstecken und nur eine Kugel in die Knarre, aber wahrscheinlich wird das genau so ein Spiel sein egal, ich dachte ich nehme euch gerade mit dann können wir alle zusammen uns aufregen und ähm ja, new game safe Horror Experience where dying is part of the thrill it's vital to adapt use caution and strategize to survive experience the chilling atmosphere without the constant stress of death enjoy the horror die less and explore at your own space das klingt gut das klingt gut Video bla bla Subtitles machen wir an da könnt ihr es lesen wenn ihr es nicht versteht und und let's go loading ding ding so ich hoffe doch es wird super spannend und kreativ und neu und geil aber wie gesagt keine Ahnung was mich erwartet To survive this war you'll need two things first a basic set of skills second the good goddamn sense to do whatever necessary I can teach you the first the second is up to you okay 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 move is brutal langsam move is brutal langsam aber macht nüch okay move is brutal langsam to run Waa 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 Ach du Scheisse, Mann. Hey, da wären die zwei Kugeln, die ich gesehen habe. Sehr schön, noch eine. Alter, im Ernst sind in diesen Kisten nur eine Munition, also eine Kugel drin, eine, im Ernst jetzt. Hm, okay. So, komm mit, ich bin schwer bewaffnet, Mann. Okay, okay. Come on, come on. Hmm. Come on, die deuren. Ah, Kugel da. Und nachgeladen. Ach du Scheisse, Mann. Hey, jetzt haben wir das Magazin schon fast voll, ist das nicht schön? Das ist zu schwer, ne? Aha. Boxy weg. Scheisse, was ist Knorren weggepacken gewesen? Weiss das nicht mehr. Whoa, 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 yo. Oh, Tommy. warte scheiße man sagt doch das frühen was you been injured ja blühtet gell ja und das was nützmedelst das man hmm 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 ok ha granaten granaten hmm türe ist zu ja und was soll jetzt was mit dem helmen ja ja ich habe eine idee jetzt holen wir hier einen Sack dann gehen wir zurück schmeissen den da drüber ja und und hüpp 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 nach oben macht der Reib kaputt man hüpp hüpp so schlecht hüpp hüpp wir sind leer geschossen hüpp 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 ist er hüpp 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 Und vielleicht da hinten mit einem Sack, irgendwie. Warte mal schnell, wie habe ich die über die Knarre versorgen? Ah, Controls. Controls, ja, geil. Spiele gar nicht mit dem Controller, hallo? Haha, total riesig, gell? So, left mouse, cancel, rotate, toggle, toggle, gone, ah, einfach air, einfach, oh. Oh. Aha, Mann, ich bin so ein Trottel, ich habe jetzt eine Zeit, also. Wir haben doch die scheisse Granaten, Mann, mit dieser Huren Granate bringen wir die scheisse Türen sicher auf. Nur noch schauen, wie man die Granaten vorne nimmt. Gott, ey. Äh, Controls. Das ist halt schön, wenn die Knöpfe nicht so sind, wie man es erwartet. Inventory. Top. Holster Equip. Toggle. Hä? Hä? Dort doch? So. Also. Also, there you go. Wieder anders schlau gewesen, ja? Du, das ist ja mehr Call of Duty-Feeling da, als etwas anderes. Da geht's nicht weiter, sehr schön. Da geht's auch nicht weiter. Hey, sag! Da ist einer drin, Mann. Ich fange gleich da irgendwo, irgendetwas. Okay, und wieder, ich gehe jetzt. Was ist echt gemein? Uh-oh. Uh-oh. Yo, what the fuck? Yo, uh-oh. Oh-oh. Es ist so fast, fast. No dying on me, Arishina. We make it out of this hell together. You follow me. We're nearly there. Aha. Okay. Okay. Beat that roll, my friend. There you have it, hm? Ah. Fate's a bastard. I'm on patrol tonight then. C'est la vie. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt den Anfang ganz anders erwartet, hm? So richtig, richtig anders. Aber, äh, ja. Sind wir jetzt gestorben, oder? Nein, ciao. Ah, das Arschloch von der Welt. Ah. 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 Oh, Marie. What's that? Here. Drink this. Then I'm going to get you out of here. Da komm her, Henry. Hm. Nimm die Schlückli. Nimm die Schlückli, komm. So ist brav. Ja, brav Henry. Brudi. Komm jetzt. Ah, jetzt muss ich dich halt noch tragen, hey. Ah. Ja. Gehen wir wieder retour, gell? Und kann sogar springen mit einem auf der Schulter. Schnell! 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 Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Scheisse gelaufen, ne? Ich bin einfach rückgegeschossen, Mann. Die Penners sind scheisse, Mann. You are now on your own. Learn, adapt, experiment and survive. Okay, machen wir doch das. Ist das jetzt das Tutorial g'si oder so? Oh, okay. Ja, so habe ich mir den Start von Amnesia erwartet. Ah, das geht auch. Ja, praktisch. Buh. So, was gibt's da? Schönes Rucksack vom Kollegen. Wollen wir da reinschauen. Gnarren drin. Nicht, nichts, okay. Aber weisst du was, ich verstecke ihn da hinten. Hehehehe. Gut, ich glaube, die haben andere Probleme, wenn ich so das Bett anschauen, aber... Na ja, was haben wir da? Schönes. Bullshit. Oh, etwas zu rauchen. Komm, gib ihm. Nichts. Ja, ja, Tipps und Tricks. Okay. Was haben wir da? Medizin. Komm, gib mir Medizin. Scheisse, Mann. Was ist da? Noch mehr Medizin. Wieso kann ich da nicht... Wieso kann ich da nicht... Wieso kann ich da rein schauen, Mann? Hm, keine Ahnung. Egal, hauptsache ein wenig Unruhe stiften da. Und jetzt wird's feistert. Ui, ui, ui. Geh weg. Da, was man? Flashlight. Hold down F to charge the flashlight, but be careful not to make too much noise. Was ist denn das für eine Taschenlampe, Mann? Das habe ich da noch nie gesehen. Lustig. Ich sage, den Kübel nehmen wir einfach mal... Jetzt ziehst du dich halt da fest. Gepackt, Mann. Komm, los, los. Dann halt nicht. Ja, aber... Du, 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 du. Du, 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 du. Hm. Okay. Nehmen wir da schönes. Da ist zu. Ja, das Game heisst halt Bunker. Und da würde ich sagen, da sind wir jetzt. Oh, ein Loch. Was ist das, Mann? Ist da einer geflüchtet oder ist da einer reinkommen? So, ein wenig Unruhe stiften da. Komm. Alles an Boden. Sehr schön. Stuhl. Perfekt. Ui, yo, what the fuck? Da ist zu. Gut. Da denke ich, wir müssen durchs Loch. Nees. Hm. Okay. Hm. Da ist doch auch zu gewesen, oder? Oh nein. Hö. Bitch. Hm. Das sieht fresh aus. Ich muss das auch hierher hinunter. Nein. Mach es nach mir. Puh, nachdem. Du musst es nachher ört Elen fangen. Da sind dynamite und Arsenal. kraft. Und eine Dritte. Um, da ist es zu PR, woher zu dem Pferde. In der Gefährdung. Mach sie. Dann kann sie das abgehen. Oh, shit. Das Ding führt für mich. Hier. Hлейte das. Beachtern dich. Bitte. Ich kann sie in die Hand von einememann. Not that monster! Easy! Ähm... Was? Get it! Do the job, please! Was haben wir da? Fragenpäckchen! Ja, dann! Ha! Munition! Ja, nein! So! Eins! Zwei! Eine für dich und eine für mich! Gut, ich würde sagen, es hat sich erledigt! Näh! Blöd! Also, für ihn! Ja, schön! Jetzt haben wir einen Knarren und jetzt? Ausser etwas passiert! Ah, warte jetzt! Nein! Vielleicht kann ich das doch kaputt schiessen! Geil! Stromausfall! Haben wir doch am liebsten! Tatsächlich, Mann! Ja! Ja, ist jetzt nicht so geiles Klima da unten! Alter! Und es geht einfach noch weiter runter, Mann! Ich habe ein Achievement bekommen! So! Komm! Schalt dich einfach wieder! Ein bisschen Musik beruhigt, Mann! Platte drauf! Äh! Ja! Oh! Was ist denn da? Was ist denn da noch? Ja! Wie soll es denn da? Ja! Ja! Ich habe es da noch aus. Was nicht? Ja, dann können wir halt noch ein bisschen tiefer gehen. Was? De Vrilux. Aha, nun zu drüben Zwanzig. Okay. Wollen wir doch das einfach mal, okay. Hold down to ready and press to use. And pull the lever. Which lever? Lever? Boop. Aha. So good. So good. So good. So good. Find two. Ruchen wir noch eins, ha? So good. 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 Get a closer look. Und warum sollte mich die Zeit interessieren? Ja man. Ich habe glaube andere Probleme als was für Zeit das ist. So. da. Ähm. Ja. Ah. Ich verstehe. Easy peasy. Lemon squeezy. Hä? Hä? So. Hm. Ja. Ich würde sagen, als erstes gehen wir richtigen Exit, oder? Das ist das nicht. So lecker. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Ich kann mich nur noch aus dem. Oh. Ich kann mich nicht. Mit Licht gehts einfach schon ein bisschen besser. Es war schon wieder klar, oder? New objects on the map. Und wo ist die map? Hm. Nee. Hahaha. Ok. In diesem Fall gehen wir zurück. Und einmal da weg. So komm. Jetzt sicher Munition. Ach du Scheisse, Mann. Jetzt sind wir einfach rund im Kreis gelaufen. Voll easy, Mann. Officer Squires. Was haben wir da hinten? Benzine. Nice. Ja, dann gehen wir heute mal. Arsenal. Na ja. Dann sind wir da hinten. Keine Ahnung. Ja. 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 Ich muss ehrlich sagen. Das Benzin hat die andere Schlange nicht gelangt. Yo, Sprengfalle. Wack, wack, wack. Ja. Okay. Ähm. Aha. Shit. Hast du was geplant? Was haben wir da? Das neue Testament. Pasch an. Irgendetwas ist da schon. Bist du ein Lumpen? Ich würde sagen, als allererstes gehen wir einfach mal um Geräusche, oder nicht? Das ist mühsam an tausend Törnern, aber gut, wenigstens sind nicht alle offen. Hm, gemütlich da drin? Ja, aber halt nicht alle Ecke, man. So, und Licht! Ja, hoch ist gut, hoch passt. Ja, und da ist wieder die... Oh nein. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Kreis gelaufen. Mass Hall. Hm, okay. Okay. Okay, okay. Langsam aber sicher, ich verstehe. Also eigentlich überhaupt nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ähm. Das ist doch so, dass der Boddenlärer, man. Du, 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 du. Was ist das dann? Ja, warte, jetzt ist das gegangen mit dem Craft, oder? Ha! So. Cool. Was ist das? A flare! Okay. Ich glaube. Und tasten, und natürlich tasten, und tun wir da laden. Boop, 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 boop. Hm, okay. Jo? Und das Geräusch her. Ich will schauen. Da sind wir schon weg. Da ist zu. Und da ist Sackgasse. Hm. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Hm. Ja. Rokig. Wann ich. Huh. Warte, zumal. Gut. Haha. Ja, ja. Hm. Na. So. Und ich auf. Ja, ich auf. Was ist das? Ja, da ist schon wieder wegen der Nummer drauf gestanden. Nice, heute macht der Krach. Was ist das? Rucksack. Praktisch. Ja, eins oder was? Eins, tatsächlich. Da kommt ein Gangdörer da, Brüdi. So, wie es läuft. Das hat sich jetzt aber anders gelohnt. Anders, anders, anders. Oh man, so dumm. Ja, aber das Monster hat sich auch schon verpisst, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Und da sind wir schon. Soldier, Prison. Ja, können wir mal richtig Prison. Das war immer schon. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ist jetzt natürlich blöd, aber man könnte nicht, wenn wir schon da sind. Okay, da ist Storage. Ähm, ja, da würde ich sagen, wir gehen schnell über die Kanisterstogel einfüllen. Hau rein! So, kommen wir mal länger als 2 Minuten. Gute Licht. Tiptap. So, Knarren. Kurbeln. Ah, muss da auch den Dreckshebel noch ziehen. Da sind wir gewesen. Ähm, da sind wir gewesen. Arsenal ist zu. Da ist nichts. Hm. Ja, dann. Spannend. Ähm. Da ist wenigstens überall Licht. Oder einmal fast überall. Also jetzt da ist X. Muss doch da drin irgendetwas sein, ne? X marks the spot. Oh Gott. Eigentlich müssen wir nur so eine blöde... Ähm, wie heisst es? So eine Drei-Dings-Haden. Sind wir überall gewesen? Überall, überall und da oben ist zu. Ah nein. Einmal. So. Da kommen wir im Kreis. Ja, auch gewesen. Wahrscheinlich kommen alles da. Oh. Hm, lecker. Schau da. Benzin. Ja, da sind wir schon gewesen. Ah. Ah, wenigstens Liebe, Mann. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie so einen dummen Code finden. Oder irgendeinen Schalter. Oder irgendeinen Mist. Es ist einfach... Ah, ich weiss schon, warum ich die Games nicht gerne habe. Es ist einfach unglaublich. Ja, da sind wir glaube ich noch nie gewesen, oder? Jetzt ist natürlich auch eine Sackgasse. Also ich meine, von dem her... Ah. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ah, wenigstens das Monster nochmal gesehen, Mann. Oh. Yo. Komm raus, Mann. Oh, Mann. Da ist ja auch nichts mehr. Monster, wo bist du? Tidididididit. Ja. Ja. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich sitze hier in den dunklen Ecken. Und warte, bis das Monster zu mir kommt. So wie es klingt, kommt es zu mir. Hahaha. Yo. Ja gut, dann würde ich sagen, das war es für das erste Video. Ist nicht mein Genre. Wie schon gesagt. Ähm. Keine Ahnung. Ich habe keine Nerven, um hier die verdammte Nummer zu suchen. Oder irgendetwas zu suchen. Und wir spielen jetzt schon... Ja, äh. Keine Ahnung. 45 Minuten und... Ja. Wir haben noch nicht einmal ein Monster gesehen. Wir haben einfach... Ja. Und wirklich gruselig ist es auch nicht. Und spannend ist es auch nicht. Und... Ist nicht so meins. Aber äh... Vielleicht wird es ja noch besser. Aber wenn es so lange braucht, um besser zu werden, dann ist es nicht gut. Okay. Wenn es euch gefallen hat, hinterlässt einen Daumen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh. 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 Tschau. Äh. 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 Äh.